Scheiße, geht nie. Matthias, nie wundert. Wie gesagt, ich hab hier alles jetzt mit diesen Gummibäumchen zu. Ich würde es dann bloß fällen und dann richtige Farben machen mit Gummibäumchen. Ja. Bloß ich brauche jetzt Maske erstmal. Hast du Langeweile? Äh, du, die stehen zu nah zusammen. Kannst du knicken. Das klappt trotzdem. Die stehen zu nah zusammen. Ja, das klappt alles. Die stehen zu nah zusammen. Du, die Stehen, die werden so doppelt so groß. Die stehen zu nah zusammen. Das sind bloß einzelne Bäume. Die stehen zu nah zusammen. Ich hab keine Axt jetzt. Du glaubst mir, es ist eben nie. Hast du Pech. Geh weg, Dirk. Ja, wir müssen jetzt mal Lärm machen, die scheiß Dinger hier. Ich brauche jetzt Platz hier. Warte mal, ich hab hier noch was zum... Hast du Platz jetzt? Du auf mich voll. Die Sache und das hier und das, wenn es geht. Hinten. Ja, genau die Ecke wollte ich mal frei haben. Hinten. Das ist... Das ist... Das... Hinten. Hab ich nie. Das... Ihr könnt... Wenn ihr Tiere sät, die draußen nur frei rumlaufen... Einfach... Einfach abschlachten. Einfach wegschlachten. Ach so. Gilt das für uns wo wenige Tiere? Dirk, dein Vieh, dein Wehvieh, das ist hier, hängt hier fest. Ich befreit's mal. Was für ein Ding? Mein Wehvieh? Ja, dein hier, dein... Schrauß. Schrauß, genau. Ach, was ist mit dem Haus hier oben, wo man es nie mal reparieren? Oder... Aber warum man ja wieder neu ist. Könntest du die ganze Zeit mal... Da hat er sich eins schaufen, ich geh krachen. Deine Fröse auf die Schaukeln gegeben hab. Immer nur zu meckern. Lass mich mal gucken. Lass mich mal kurz überlegen. Was wollte ich jetzt tun? Sei mal ruhig, was wollte ich jetzt machen? Was wollte ich jetzt machen? Erde brauch ich. Matthias, du rückguck mal raus. Was? Guck mal. Was? Was denn? Rausgucken, ey. Du bist du... Geil, du reitest auch noch Stein. Cool, wie hast denn das gemacht? Das geht. Geh wir weg, geh wir weg. Kannst du den nirgesteuern? Oder wie ist das? Geh wir runter. Machen wir Schrift. Drück mal Schrift. Wir hatten hier oben, das ist gebrochen. Wir hatten das Fenster so oben gemacht. Das hab ich gemacht, weil ich kein Glas da hatte. Ich hab doch Glas hier drin, sag doch was. Ja, der müsste aber das ganze Stockwerk nochmal neu mit Glas machen. Ich muss... Da lächst du überall Fenster rein. Äh... Was wollte ich jetzt? Genau. Nein. Wo hast du nur die Edelmetalle? Die Edelmetalle, alles in den Kästen. Wo? Wo drinne steht, äh... Gut, ich hab quasi das Nikolid. Nikolid? War das Nikolid? War das Nikolid, was ich will? Speicher, Speicher. Das ist mit der Kiste, kann das eh, die kann auch hier eigentlich noch ein bisschen wegbringen. Wegbringen. Das... Da brauch ich keine Leitung. Scheiße, wo sind die, wo sind die Kristalle hin? Wo sind die... Die Kristalle? Wir hatten Kristalle. Das wüsste ich nie. Äh, musst du gucken. Die, die, wo ich denn Dirk gefragt habe, was wir damit machen. Kristalle? Warte mal. Äh... Hat die wieder weggepunkert? Nein, die sind hinten, die sind hinten bei euch. Ich hab keine hochgeräumt zu mir. Ich hab mir schon gefehlt, das war hier, fehlt Haufen, hab ich festgestellt. Ich brauch doch keine Kristalle. Guck bei mir nochmal. Klar hast du gesagt, dass du Kristalle brauchst. Nein, wir sind keine drinnen. Wir sind im schönen Lager schon. Nein, der Sven braucht für sein Solar-Dingel-Kristalle. Ich brauch doch keine. So lange hab ich noch nie angefangen mit bauen. Ich fang erst mal mit dieser Maschine an. Ich brauch Kristalle. Bitte jetzt nicht abbauen, was jetzt hier ist. Also mal echt mal Spaß. Spaß mal Lowne, gut. Die Kristalle nicht. Die Kristalle nicht. Das sind die Engine, die ich aber gefunden habe. Oder doch, war es doch Quarz? Quarz meinst du, oder? Aber das war nie bloß 6, das war ein Meer. Ja, das war mehr, das ist bloß nicht. Sind die drüben welche? Die 6 sind Quarz. Und das war noch nie, und das waren noch nie, und das sind doch nie diese 6 Quarz. Das waren andere Quarze. Welche Quarzen? Ich seh ja, wie Quarzen. Ich hab keine Quarzen bei mir drin, echt nie. La Pulse, ach ja, Quarzdumst, meinst du. Das war ein Sinne. Das ist das Engine, die einsammeln konnte. Schade. Schade. Du musst doch nur drüben die ganzen Kisten durchsuchen. Ist egal, oder hast du die an der Tür, die die Kiste stehen, die zerstört worden ist. Könnte möglich sein, ich bin mir auch nicht sicher, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Weil ich hab bloß das Zeug hier rübergeholt. Ich hab keine Ahnung, Sven. Ach scheiße, jetzt hab ich die falsche Kiste. Hier vorne tue ich alles rein, hier was ich keine Ahnung habe, wie ich das sortieren soll. Das hab ich mir auch keine Ahnung, deshalb hau ich das vor allem zu drehen. Hast du noch einen Leder gefunden? Sven? Nee, noch nicht. Alles klar. Ich sag Bescheid. Wer hat denn die Gummibäume hier weggemacht? Die hab ich jetzt da hinten hingeräumt. Aber wenn's geht, einzeln, oder? Ja, weiter weg. Nee, ich meine einzeln gepflanzt, nie, dass sie wieder so auf dem Haufen gepflanzt. Also musst du gucken, das ist hier hinten links vom Lager. Ist doch stark. Gut. Wißt du, wie viel Holz wir haben? Ist egal, ich ernte noch mehr. Ja, was damit, Mann? Wir brauchen nicht so viel Holz. Ist egal. Die Burg wird auch irgendwann wachsen. Außerdem wollen wir hier ein Baumhaus haben. Los, Bucky, wir suchen uns Gummibäume. Ich will auch, ey. Och, nee, jetzt, oder? In der Kiste waren meine, 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 meine Eier drinne. Eier? Ich habe, ich habe Eier hier liegen. Ich hab noch Eier hier, Matthias. Oh, ich geh krachen, ey. Ich könnt heulen. Ich kann auch nicht dafür, wenn du den unlockst. Wieso ich? Warst du, warst du denn, den, den, den Kleidern geträumt? Ich hab sie gekillt. Hast du das wieder rübergeräumt? Was denn, Sven? Wollen wir hier, dass wir diese Sträuche hier draußen reintun? Das Gehege? Welches? Wo ist denn das Lager jetzt hier? Ach, 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 dort, das bist du. Ich bin jetzt dem Punkt unterhergelaufen. Können wir machen, aber wie... Dass wir den Strauch hier rein, dass die sich hier von... Werden wir die Schafe hier drinne, die bei uns im Lager? Kill die Schafe, Mann. Nein. Du sollst die Kill, denn. Ich brauch, ich brauch jetzt Marmor, was man hat. Ähm, könnt ihr mal erinnern, mal... Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Könnte mal... Ah, vergiss das. Was? Na, du könntest mal auf eine hohe Ebene gehen und mir mal Anweisungen geben. Nee, das kann ich nicht. Hast du Pech. Na, bleibts. Ich bin grad mal was anderes beschäftigt. Ich kann dann... Dann jetzt unter Zeit. Wollen wir mal schlafen gehen? Nein, warte. Ich hör' Flipper. Super. Was mit der Kiste juckt hier? Ich geh schon mal nicht im Weg. Ja, ich komm mit. Lass die Tür offen. Äh, Dirk, du bist der Letzte, du machst die Tür zu. Ja, wärst du mal nie als letzter vorbeigerannt? Wo war da? Wo war da? Wo war da? Wo war? Geh mal in den Bett. Wo hast du jetzt was davor gebaut, Dirk? Was ist denn los? Wo hast du was davor gebaut, Dirk? Geh rein. Geh jetzt ins Bett. Geh jetzt ins Bett, Dirk. Was willst du denn wissen, Sven? Hölz und Huber. Willst du wissenswerden? Kohle und Huber. Warte mal, vielleicht kann man das... Das Gummi muss ich in den Ofen tun, damit ich da raus diesen Huber-Bahn kriege, was man braucht. Ja, genau. Genau. Du musst das jetzt doch gesagt. Genau. Oder bei diesen exakt Macerators, wie gesagt, da kriegst du drei Stück raus aus eben diesen normalen Huber-Bahn. Der baut das. Ja, aber das kann ich erst bauen, wenn ich Huber habe, weil ich das auch noch brauche dazu. Geht mal ins Bett. Ein Teufelskreis. Ja, ich... Und wieso habe ich immer noch keinen Boden bei mir? Hast du doch... Ähm, äh... Hab ich das schon gefragt? Habt ihr... Ähm... Habt ihr... Ich habe nichts zum wegbauen. Nicht wegbauen. Wieso hat denn der eine Diamant-Axt? Weil ich die Weste bin. Ähm... Das gibt's nie. Könnt ihr mal... Was war das? Das sind die Öfen und Elektroöfen. Oh, das haben wir. Ey, wieso fahren sie nicht? Ja, scherz doch. Was ist das denn? Alles braucht dafür, ob sonst. Da können wir alles neu formen. Das sind die Elektroöfen und die... Was ist das? Die Speicher. Das ist für die Lava. Warte mal ab. Ey! Ich habe dich nur mit der Fehler gehauen. Ich habe dich... Ich habe dich nur mit dem Wasserrohr gehauen. Ich kann noch ein Schnitzel nehmen. Aua! Ach, der hat Schnitzel da, gut. Der Herr hat Schnitzel, ja? Ja? Ich... Nimm mal die Kiste hier weg. Ich fress... Ich fress Brot. Und der feine Herr frisst Schnitzel. Hat jeder mal ein leeres Wetter? Was hast du? Kannst du das mal rüberräumen? Hier diese Kiste dort. Hier. Welche Kiste? Wo bist du? Du musst weg hier. Wieso? Weißt du, was hier alles drin ist? Du musst weg, aber rüber ins Lager. Warte, ja, warte mal her. Ich muss jetzt erst mal runter. Ah, ich werde hier Platz machen. Das Zeug, was ich hier reinschmeiße, bitte drinnen lassen, weil das brauche ich dann für unsere Maschine. Was, wo das Essen ist? Ja, wo eigentlich das Essen drin ist. Ich habe bloß mal Platz gemacht. Boah, wir brauchen immer noch, wir brauchen immer noch Karotten, ey. Wie wunder, dass ich jetzt ein Loch hier mache. Ich brauche, muss jetzt mir einen Marker mal setzen. Wo ist denn Loch denn wieder? Was ich jetzt mache, ich will nach unten das Rohr legen, weil du willst das Rohr offensichtlich oben haben. Ja. Mach runter. Oh, okay. Jetzt habe ich gleich einen Marker. Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe schon sehr scharf im Haus. Kill das Scharf. Du wirst sehen, wenn wir endlich mal Struktur hier drinnen haben, wird das alles besser sein. Ich brauche das. Das ist ein Part hier. Das würde ich nicht wissen, dass es gut sein würde. Das ist klar, ich habe gar niemals gesagt. Das wäre das scharge Gefühl. Das Skorpion ist auch komisch. Die ganze Zeit macht der Skorpion nicht immer. Da greifst du die... Schweinchen um. Ja, weil er in der Nähe ist vielleicht? Matthias, ich tue mal die Schere bei dir rein. Was ist denn Schere? Ich gehe jetzt zum Mähen von Schafen. Ach so. Tu das. Weil das kommt ja besser, wenn es bei dir hingehört ist. Ist richtig. War die Maschine an? Ich höre einen Kuppel, Kuppel. Ölfe hier sind überall Tiere. Ja, und Ena und Ena beschäftigt sich gerade mit Ölfen. Ja, bitte lass das mal so. Wenn du jetzt abholst, alles umsonst, die ganze Ruhschung finden aus. Macht schon keiner kaputt. Ne, aber wir kriegen dann Eisenblocks immer raus. Ja, doch, Kollege, dafür tun es schon nicht. Was ist denn Marble? Marble? Ich weiß es nicht. Die Marble. Marble. Ist das... was ist Marble? Ich weiß es nicht. Mabel. Ich mag euch. Mabel. Das kenne ich nicht. Schöne ich. Kennt ihr überhaupt was? Ne. Ach, kennst du es? Nein. Ich haus einfach mal hier rein. Wir werden es dann später in Ruhe sortieren dürfen. Das ist ne Juti, der du... Hast du das gefunden? Ne, in der Kiste. Von uns. So, jetzt komm ich wieder hier in die Kiste. Ne, hin und her wegen euch, Idioten. Ach ja, mecker nie rum. Ist das Lager? Ist alles ins Lager? Ne, toll. Ich fände hier voll A nach B. Ich hab ein Buch in der Hand. Ach, heul nie rum. Sag mal, ist hier noch was? Ist hier noch Holz drinne? Wo? Wo? Hier? Na los. Ist das noch ein ganz altes? Na, es ist noch Holz drinne. Ich meine, hier drinne. Hier ist noch Holz. Ich weiß nicht, wo hier meinst du? Wir haben jetzt schon die ersten Bücher in unserer Bibliothek genannt. Ähm, Svenne? Ja? Würdest du mal kurz irgendwo auf eine erhöhte Position gehen? Kann ich machen. Wieso? Ähm, aber da, wo du mich auch siehst. Wo solltest du denn sein? Äh, vorm Haus. Ich sehe dich, ja. Ja, ähm, dass du mir mal Anweisungen geben kannst, dass ich hier meine Viererblöcke gleichmäßig verteile für den Baumhaus. Ah, so, warte. Deswegen habe ich hier auch alles schön im Plan gemacht. So ein tolles. Danke. Ähm. Hier liegt auch noch Viererblöcke, aber egal. Du kannst abbauen, wenn du willst. Nö, ich lass das mal stehen. Okay, ich sehe dich. Ja. Du hast ja Optifine drauf. Da kannst du es ja genau dann so gucken. Ne, Optifine habe ich jetzt nicht drauf. Also ungefähr, dass es gleichen Abstand in der Länge, in der Breite hat.